Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Mein Name ist Maria Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Am nächsten Freitag wird in Ihrer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet. Sie möchten gerne diese Ausstellung besuchen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann die Ausstellung besichtigen? Informationen darüber Verkehrsmittel Eintrittskarten Weitere Vorschläge Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul, ich freue mich, dich zu sehen. Hi Simone, ich freue mich auch dich zu sehen. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, passt alles, danke. Danke. Und wie geht's dir? Danke, alles bestens. Oh, super. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien, und ich langweile mich alleine zu Hause. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien, und ich langweile mich alleine zu Hause. Ja, das geht mir genauso. Ja, das geht mir genauso. Ich vermisse unsere nette Gruppe auch sehr. Du, ich wollte dich gestern anrufen, und mit dir etwas besprechen. Du, ich wollte dich gestern anrufen, und mit dir etwas besprechen. Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich würde gerne diese Ausstellung besuchen, und möchte dich fragen, ob du Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam hinzugehen? Ja, klar, das wäre sehr schön mit dir, hinzugehen. Du weißt ja, dass mich Kunst sehr interessiert. Wunderbar, das freut mich. Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Oh, das ist gut. Wie wäre es für dich, kommendes, Wochenende diese Ausstellung zu besuchen? Du meinst am Samstag oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Du meinst am Samstag oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Also, bei mir wäre der Samstag möglich. Samstag geht bei mir auch. Und um wie viel Uhr möchtest du hingehen? Ich habe Zeit ab 17 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ab 18 Uhr frei. Ich würde vorschlagen, dass wir um 19 Uhr die Ausstellung besuchen. Wenn das für dich passt. Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt ist die Ausstellung? Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt ist die Ausstellung? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Ja, wir könnten den Bus nehmen, da die Ausstellung außerhalb der Stadt ist. Die Busse haben so oft Verspätung. Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ja, kein Problem. Das können wir auch machen. Mich würde noch interessieren, was genau in dieser Ausstellung präsentiert wird. Hast du da noch mehr Informationen für mich? Hast du da noch mehr Informationen für mich? Ja, es gibt eine Webseite zu dieser Ausstellung, auf der sich alle Informationen befinden. Ich schicke dir später den Link per E-Mail. Dann kannst du dir alles in Ruhe anschauen. Oh, das ist toll, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Du hast recht. Wir müssen noch Eintrittskarten besorgen. Ich glaube, man kann Karten online bestellen und gleich mit der Kreditkarte online bezahlen. Das finde ich praktisch. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich mich um die Karten kümmern und dir dann Bescheid geben. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Ja, bis Samstag. Ich freue mich auch schon. Ja, bis Samstag. Ich freue mich auch schon. Vielen Dank. Ingurar Diff. Vielen Dank.